Also ich bin dann gleich wieder da, ne? Geht das überhaupt währenddessen? Ja, ne? Ich glaube, wir können einfach stehen bleiben. Okay. Oder wir fahren schon mal los und machen das wenigstens. Wenn ich losfahre, wenn alle im Auto sitzen, nicht? Ja. Ich werde jetzt nicht auf Straße, auf Straße, auf Straße. So, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. René, setz dich mal bitte in den Auto. It's too late, it's too late. Nee, doch nicht. Nein, nein, mach das. So, wir können es dann schon mal probieren. Ja, bis gleich. Ja. Ja, ja. Also mir hat es halt wirklich ganz gut funktioniert, indem ich ihn einfach direkt auf die Fahrerseite legends dran gefahren bin. Ja, aber ich konnte ihn halt nicht abschießen, das war so. Dann hat er mich abgeschossen. Ähm, äh, weh jetzt schon mal die Raketen aus. Die Raketen? Ach so, oh ja. Der Raketen, das wusste ich gar nicht. Ja, natürlich, du brauchst nur einen Schuss davon dann. Ah, okay. Bei mir ging es relativ gut, tatsächlich. Ah, okay. Dann auch muss René auch keinen machen, sonst mache ich zwei, wenn ich das hinbekomme. Komm, 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 das ist drive-thru stehling. Oh, ich hasse mich. Hab's geschafft, hab's geschafft. Ja, ich hab meinen auch. Ich kann jetzt René's machen. Bin bei 70%. Ja, D ist das. Ich mach den von René jetzt, ne? Ja, ich kann dir auch mithelfen. Ja, aber schieß ihn nicht ab. Nee, alles gut. Hast du auch geschafft. Ich fahr jetzt auch mit zu D, falls ihr wollt. Ja. Ja, ja, ich glaub, um ja, desto besser. Oder Kata macht das aber am besten halt nicht sterben, wie gesagt. Ja. Ist halt immer die beste, das beste Tipp, ne? Ja. Das Schöne ist, wir haben ja die Aufnahme von mir dafür. Ja. Ich hoffe noch, dass das wirklich funktioniert. So, und wie sieht's aus? Fast fertig. Ja, wir haben alle geschafft. Echt? Noch nicht. Also, nein, noch nicht. Einer fehlt jetzt noch. Deiner quasi. So, dann startet die Fraps-Aufnahme in 3, 2, 1. So, da sind wir auch schon wieder. Wie ich gerade erfahren hab, oder wie ihr vielleicht auch gesehen habt, weil wir einen kleinen Split-Screen geschafft haben, äh, was ich ja hoffe. So, geschafft. Ähm. Sorry, nee, jetzt musst du spielen. Haben die ja schon, äh, ihre Dingens geschafft. Wo muss ich jetzt hin? Wir müssen neue hacken, zwei Stück. Oh mein Gott. Oh Mann. C. Nee, es gibt nur A und B. Nee, bei mir ist A, B, aber bei mir ist A, B, C, D. Oh lol. Ja, ja, in A, B, einer muss zu mir. Ich mach C. Ja, ich mach D. Ich mach, komm zu dir, zu A und B. Ja, okay. Alter, auf dem Wasser, ey. Wir können mit dem Auto hier ins Wasser, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Aber wahrscheinlich. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Harti, wollen wir sonst jeweils beide zusammen machen, oder sowas? Nein, das bringt nichts, René. Geht leider nicht. Aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du meinst, du kannst dir nicht zutrauen, dann halt dich raus und ich versuche, dann im Nachhinein zu machen. Ja, ich traume das eigentlich nicht zu, weil ich hab keine Lust, dass ich sterbe und ihr dann deswegen wenig schafft. Alles gut, aber mein Leben haben wir. Meinst du wirklich, dass das Ding ins Wasser kann? Ja, ich glaub, ich schaff noch. Vermut ich mal, weil das würde ja nicht großartig Sinn machen. Ich fahr jetzt einfach meins Wasser. Ja, ich bin noch nicht da. Ich fahr noch 1,7 Kilometer. Äh, ändert sich das automatisch, dann muss ich was drücken. Die Autos können hovern, Jungs. Drückt mal X, wenn ihr vom Wasser seid. Okay, hab's. Die könntest du, oh lol, die schweben überm Wasser. Ich komm gleich. Ja, ich bin noch weit entfernt. 1 Kilometer noch. Oh, das ist jetzt angenehm. Äh, der hat keinen toten Winkel, das, äh, das Boot. Was gehst du, zu A oder zu B? Ich hab A schon fast fertig. Okay. Ich kann danach auch gleich B machen, mir ist das scheißegal. Ja, aber dann halt, ich geh mal irgendwie in die Nähe, das heißt, falls irgendwas ist, falls du stirbst, kann ich's dann auch probieren. Also ich fahr schon hin. Also ich hab A fertig. Einer ist gestorben. Ihr Karre ist mit dem Tag gut gegangen. Ich bin nicht kaputt gegangen. Kater? Ich hab das gedrückt, er hat das nicht gemacht. Du musst vorher X drücken an Land. Ja, hab ich. Alles gut. Wir haben's ja jetzt raus. Ich hab's gerade gerade geschaut. Ich hab bei, ich war bei B schon halb fertig. Steuert euch das, wenn ich dann einfach in meinem Auto sitzen bleibe? Das nimmt ein bisschen den Purpose des Spiels, ne? Ja, natürlich nimmt das des Purpose des, aber es nimmt auch, äh, es führt auch krass zu Saltiness, wenn, äh, ich dann, äh, sterbe und ihr wegen mir verkackt. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt nur Wasser machen oder noch beides? Frage. Aber wahrscheinlich, beides. Glaube nur Wasser. Ja, wir starten ja hier, wir starten woanders. Ja, nur Wasser. Ähm, nein. Doch. Nur Wasser. Hallo? Ja, ich nehm wieder C. Ja, dann fahr ich da mit dir zu D, du kannst ja aber beide irgendwie probieren und ich komm und helf dir. Guck mal, ähm, Kata, zum Ausprobieren, drück mal jetzt X. Ja, hab ich. Alter, zu in die Zukunft. Ja. Das kriegst du hin, so, dann holen wir uns jetzt die beiden. Ach, wir müssen auf die Zeit, ne? Ja. Ja, 15 Minuten schaffen wir. Sollte, das sollte in zwei Minuten gehen. Hab ich eben auch schnell geschafft. Ich muss aber auf meine Festplatte gucken, nach dem Dingens, denn wenn das sonst zu hoch wird, dann muss ich auf OBS umsteigen. Nimm nur ungern mit OBS auf, das ist nicht so. Also dieses Hover-Modul macht mich ja so an gerade, ne? Mhm. Euch nicht? Hab das noch nicht gedrückt. Drück mal X. Kann ich das auch am Land machen? Ja. Ja, kannst du. LOL! Holy shit, das ist ja echt zurück in die Zukunft, Alter. Okay, von dem krieg ich jetzt mehr Schaden, angenehm. Okay, hör auf zu schießen, danke. Bist du bei B fertig? Ja, komm, ich mach das. Oh, warte. Oh Gott. Will ich übernehmen. Jo. Ne, brauchst nicht, komm, ich mach das. Okay. Nicht X drücken, werft ihr auf dem Wasser sein, nochmal. Sondern erst an Land. Und dann warten wir, bis Hati fertig ist. Oh, lol. Kater. Hm. So, Flughafen. Oh, ich nehm den Weg übers Wasser, ne? Ich fahr an der Straße. Äh, wenn du da raufkommst, ja. Weiß ich nicht, aber wenn ich fliege ich rüber. Du kannst da nicht rüberfliegen, die Absperrungen sind zu hoch. Doch, wenn ich über ne Rampe fahre, krieg ich's hin. Oh. Hauptsache, du stirbst nicht. Ne, sollte ich nicht. Dann haben wir immer noch ein Leben. Ja, eins haben wir noch, aber wenn ne Karre zerstört wird, ist... Soll, ich sollte nur nicht X drücken. Ja, nicht X auf dem Wasser, weil dann die Karre kaputt geht. Ja, ich bin auf dem Wasser, Digga. Ich mach, ich lauf einfach nur übers Wasser. Was einfach mega easy ist. Ne, ich schweb jetzt grad an Land. Und wechsel für die Kurven. Ich find am Land schweben übel schwierig. Ja, auf dem Wasser ist easy. Am Land schweben ist äh, geradeaus schneller, aber die Kurven gehen nicht. Deswegen wechsel, wechsel dich gerade. Das ist richtig zurück in die Zukunfts-Style. Das ist richtig cool. Mich macht das richtig nass. Mir gefällt das mega. Ja. Ja, aber nur geil, wie oft du sagst, mach mich mega nass. Ja. Hört seine Mutter auch so oft zu mir. Oh shit. Die guckt immer noch seine Videos, meine Videos. Deinem Video. Scheiße. Hält grad feiner, den dir Luzo versenkt, Alter. Weil ich unbedingt ne Wand hochfahren wollte. Ja, natürlich. Der dann so sachte, nö. Safe nicht. Oh Gott. Also ich hab so ein Gefühl, ich komm hier irgendwo nass hoch. Ich drehe ne Ehrenrunde, ne? Ja, mach mal. Ich bin auch immer noch am Fahren. Ja, wir müssen jetzt alle am Flughafen sein, ne? Ja, ich weiß. Ja, chill doch. Ich mach nen Weg. Ich warte nämlich gerade, bis mein Team da ist. Ich oder mein Team. Ich muss irgendwie nen anderen Weg finden. Ich komm hier nicht hoch. Du musst irgendwo an Land und dann halt die... Ja, ich komm hier nicht so hoch. Das ist das Problem. In der Not musst du zum Strand. Ich bin grad fast in die Hose. Ich bin grad fast gegen etwas gefahren und dachte, ich sterbe jetzt. Hallo Megam. Moin. Das macht halt echt viel Spaß. Damit kann man glaube ich im Singleplayer so richtig Autoscooter spielen. Oh mein... Oh mein Gott. Ich hab das Ding aus dem Singleplayer. Okay, wir dürfen die Karre nicht zerlegen. Ich wollte grad sagen, Alter. Ich fahr jetzt grad die letzten Meter zu euch. Was machen die? Darf ich fragen, wer da hinten ran fährt? Ich, weil ich nicht weiß, wie ich hier wegkomme. Nee, Kata ist grad behindert. Ich muss den Habermord ausmachen, Alter. Ja, ich komm hier nicht raus, Mann. Das ist ein Industriegebiet, du fick Fehler. Das ist komplett eingekesselt. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Du musst da rumfahren auf die Autobahn. Da rumfahren auf die Autobahn. Hallo Kata. Warum muss ich auf die Autobahn? Weil du ja sonst hier nicht herkommst. Alter, ich fress gleich ein Besen, ne? Ich hol dich ab. Ich komm jetzt in den Habermord hoch. Ich bin ja 0,6 Meilen da. Du weißt, wie du jetzt fährst? Ja. Ja, der hat auf die Autobahn geschafft, weil ich mit dem Habermord einfach gerade rumgeflogen bin. Selbst René ist früher da als ich. Ja. Kein zwei. Oh, wir haben ja Zeitlimmel. Oh. Ach nee. Moin. Hallo. So. Wir müssen gleich was. So. Oh, zur Flugzeug. Alle. Wir müssen die alle. Gleitzeit nicht hacken. Sonst schaffen wir das nicht. Also alle H drücken. Ja, Moin. Oh, Leute. Ich bin unterwegs, Jungs. Was? Mich zählt nicht am Boden. Alles glatt. Unkraut. Wir müssen fliegen, ne? Wie flieg ich denn? Mit dem Flugzeug. Steuerung L. Oh, lol. Ach, Mann. Drücke X im Schwebemodus. Ihr seht den Eckfortschritt. Das müssen wir doch ne ganze Weile machen. Fuck it. Ich bin ja noch nicht mal im Gamebereich. Wie komm ich denn höher? Oder so. Ihr meint, ich muss H drücken, oder was? Steuerung L. Ja, bin ich doch schon dabei. Aber H um zu hacken, oder was? Dann hakt er nicht. Oder hack ich automatisch. Ja, macht er. Okay, ich denke, ich muss irgendwas drücken. Leute, das ist ein Russenflieger, ne? Der hat gegessen eine nukleare Bombe meint in sein Uschloch. Ey, der kommt jetzt auch noch. Ich weiß, ja. Wo sind die Gegner? Hat es nur noch 100 Meter? Kann René abschießen. Lass es. Alter Schwede. Au, 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 au. Einfach ein bisschen zickzack fliegen. Ja, ich muss ja gucken. Ich bin schon wieder aus der Linie raus. Oh, oh, au, au, au. Oh, fuck. Ich bin schon wieder aus der... Fuck. Alles gut, René. Alles gut. Stürzt noch nicht ab. Ja, stürzt noch nicht ab. Das wäre ja recht, der sei das getan, ey. Ach du kacke. Wow. Der hat mir mit seinem Flügel geschlagen. Der hat mir so. H-C, 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 H-C. Kann ich nicht. Ja, moin. Oh mein Gott. Nein. Was? Ich dachte, wir wären vor uns. 99 Prozent. Du kannst im Fallen kein X drücken. Neustart. Was, was macht denn X? Hm? Der X-Hover-Modus an, Junge. Ja. Die Sache ist aber dadurch, dass mich jetzt der Flügel gecrasht hat. Ich kann im Fliegen auch den Hover-Modus aufzudieren. Nein. Nein. Da fällst du runter. Ach so. Aber er war im Sturz und ich dachte, vielleicht kriegt er ihn wieder aktiviert. Ach so. Okay. Ich hab nur gerade, dass er die ganze Zeit darüber spricht. Drück X, drück X und ich dachte, ich hab irgendwas verpasst. Wir waren bei 99 Prozent. Die Sache ist, ich bin wild getaumelt. Das ist das Problem.